Aber jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf ein paar Bundesliga-Auswärts-Trikots. W oder L. Niklas, wollen wir loslegen mit dem ersten Kit? Das ist das Auswärtstrikot von FC Heidenhorn. Puma, blau und blue mit rot. Sponsor, a Porsche Company, Lil MHP. Ja, okay, ich bin der Sponsor, Lil MHP. Das ist eine Straße? Das könnte natürlich auch eine Straße sein. Lil MHP, man. Okay, ich hab meins. Okay, wir haben ja nur W und L, ne? Wir haben nur W und L. Aber ich hab's nicht so gut hinbekommen bestimmt wie du. Bei mir ist auf einmal die Hintergrundfarbe blau, Digga. Was? Was? Egal, gib ihm, Digga. Zwei, eins. W. Junge, du hast es markiert, deswegen ist es blau, du Peach. Markierst doch wieder weg, nicht irgendwie markiert. Digga, drück oben auf Start von der Präsentation, Mann, verdammt. Warum ist es blau? Es ist einfach blau. Ich sag doch. Junge, was ist mit dir? Du hast ja keine Ahnung von deiner Technik, Alter. Next Kit. Oh, Köln. Köln. Viele Streifen. Steht auf jeden Fall nicht jeder Streifen für einen Punkt in der Bundesliga. Man hat ja nur ein, müsste ein Streifen sein. Bin ready. Danke, dass du's erklärt hast. Drei, zwei, eins. Findest du? Ich hab W. Du hast L? Ruhlt mich jetzt nicht so ab. Ich fand, am Anfang der Saison haben mir diese Hummeldinger ein bisschen besser gefallen. Was für Dinger? Hummeldinger? Hummel. Ach so. Die Hummel-Trikots sind ja so wie Nike, die haben ja auch denselben Dings, aber mir gefällt's nicht. Was haben die selben? Nike hat doch immer diesen Bogen oben. Ja, aber ich sage doch, mir gefällt dieses Trikot nicht. Mir gefällt's nicht. Warum hast du es jetzt mit Nike verglichen? Weil Nike dieselben Muster hat und Hummel hat auch bei jedem Auswärtstrikot gefühlt dasselbe. Ah, okay. Also Hummel hat einfach quasi eine Kollektion, wo sich die Vereine ein bisschen anfassen können. Ist nicht Köln sogar eigentlich zu Hause rot? Weiß ich nicht. Ja, aber die sind mehr weiß-rot. Ja. Oder rot-weiß. Das ist ja full-rot. Ich finde es sieht eigentlich geil aus. So eine Farbe, hat verschiedene Farbtöne. Ich finde, es gibt eigentlich einen guten Touch. Ich finde, es sieht gut aus. I like that. Ja. Tolles Rot eigentlich. Sagst du, mir gefällt's. Mir gefällt's. Zweitliga-würdig. Früher, vorher war geiler, fand ich. Damn. Ich glaube, da sind wir uns schnell einig, oder? Damn. Castore und Leverkusen haben ja dieses Season. Eat that W. So wie James Winston. Kennst du nicht, wa? Nein. Krass. Sehr stark. Vor allem dieses weiße Leverkusen-Trikot da drauf. Hertha traut sich nicht mal ein schwarzes Trikot, komplett schwarzes Trikot zu machen. Mach ein schwarzes Trikot mit blauem Logo. Die haben einfach ein weißes Logo da drauf. Wie taff sieht das denn aus? Vor allem das Bayer-Zeichen. Sexy. Einfach so eine Firma rein. Mies geil. Spaß. Nein, ich finde es Trikot geil. Ich finde es Trikot geil. Ich finde die Idee geil mit diesem Querding da. Diese Marke Castore. I don't know where you the fuck came from, but you're making... Achso, das hatten wir. Wir hatten beim letzten Mal doch die Leverkusen. Der kann keinen Satz komplett fertig zu reden, bevor der nicht den nächsten in seinen Kopf schon kommt und direkt weiter redet. Ich wüsste teilweise Sätze so weg. Ich gucke ihn an. Ich verstehe kein Wort. Ich denke mir so, kann man mich sagen? Ich, Digga, du fixst mich bei der ersten Möglichkeit. Du fixst mich bei der ersten Möglichkeit. Du machst halt so... Du bist halt so... Erwähnt jetzt keinen Satz. Ich wollte nur sagen. Beim letzten Mal, als wir die Trikots bewährt haben, da haben wir auch irgendwas zu Bayer und Firma und so gesagt. Und da kam auch einer und meinte, der Hersteller hat die Trikots halt nicht designt, sondern die sind alle aus dem Hause aus. Ich glaube, es ist ja normal, dass das Team mitdesignt, aber das ist komplett aus dem Hause aus, glaube ich, von Leverkusen. Da haben die wirklich stark designt dieses Jahr, ne? Sowohl Heimtrikot, über stark. Das sieht richtig gut aus für mich. Yes, man. I like it. Ehrlich. Chad sagt auch Big W. Big W. Big W. Okay. Das nächste Trikot. Ui. Das Auswärtstrikot von Bayern Munich. Ist das die Weltkarte dort? Oben im Nacken, ne? Die Weltkugel und dann Mir San Mir. Ah, ne, ich meine auch, das ist doch Afrika gefühlt, oder? Das ist doch Afrika. Du meinst auf dem, ne, das würde Sinn machen, wenn es wahrscheinlich die Weltkarte wäre, weil oben im Nacken, oben im Nacken ist doch die Weltkugel da drin. Wir haben wahrscheinlich so, das sind alles so. Around the world. Around the world. We have everywhere is Bayern. We everywhere, man. Drei, zwei, eins. Also es steht nicht für Wigan League bei mir, sondern so 50-50. Ich finde es an sich gut. Ich frage mich, darf man sich drüber aufregen? Oder sich wundern, wo die Farben herkommen? So, jeder darf sich natürlich selbst entscheiden. So, aber da wundere ich mich schon so. Where the fuck did that game from, man? Diese Violett und so, ne? Ja. Ich glaube, die Trikotnummern sind dann auch grün, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Also es ist eine, ich finde es irgendwie, ich habe es, glaube ich, gehatet am Anfang der Saison, aber irgendwie, ich finde Bayern, also das Heimtrikot ist ja so weiß-rot, ne? Weiß Haupt mainly und rot als Auswärts fand ich nicht so geil, aber die haben dieses Wiesentrikot, was ich ganz fresh fand auch, dieses grüne. Dann haben die noch dieses, das hier finde ich auch ganz fresh, ehrlich, das mit der Weltkarte, das ist mir erst jetzt zum ersten Mal aufgefallen, das sieht schon cool aus irgendwie. Da muss doch sein, die haben doch auch im Nacken diese... Wo ist Italien? Africa is the center of the world. Keine Ahnung, aber sieht so aus, aber es verbessert mich. Aber ich finde es nicht fresh aus. Irgendwie hat es mich, hat es mich abgeholt. Das hat bestimmt auch alles wieder eine Bedeutung, aber gerade das Trikot, was, wie hieß der nochmal? War die Team? War die Team? Ne, ne, nicht war die Team, das war nicht war die Team. Wie hieß der andere, der Designer, der das andere Trikot gemacht hat? Du musst deinen Namen kennen, bro. Ah, Aschraf. Junge, das haben die da angestellt. Ja, das andere Bayern-Trikot. Aber so zurück zu dem, ich finde es, ich finde es, ich finde es, ich finde es sieht gut aus. Auf jeden Fall. Ich habe, ich habe Harry Kane da drin gesehen, er sagt, gefällt es schon. Chat ist auch gemixt. W-L, geiles Trikot, mal was anderes gefällt mir nicht. W-L-Ding, verstehe dich, Benji. Next one. Freiburg war so schlimm. Weißt du, weißt du, was für Vibes mir das gibt, das Trikot? Müsst ihr, wenn ihr das seht, auch an einen Film denken? Matrix. Ja, ne? Ja, klar. Gibt einen schon stark, diese Matrix-Vibes. Getragen von Florian Neuhaus und Julian Weigel. Die müssen sich ein Trikot leider teilen. Ich sage ja, für mich war das Heimtrikot von Gladbach das Beste. Für mich war das Heimtrikot von Gladbach das Beste, aber für mich ist es eher ein L. Für mich ist es trotzdem W. Ich mag das trotzdem, ich finde die Farbe nämlich sehr, sehr schön. Dieses Grün. Und mit dem Schwarz auch. Ja, ich feiere dieses Grün einfach sehr von der Farbe. Und auch so wie sie diesen Glitch-Effekt so eingebaut haben und den Sponsor in die Mitte. Sieht trotzdem gut aus. Auch so dieser Glitch-Effekt oben bei dem Wappen mit dabei. Mir gefällt das Trikot. Ich finde es gut. Es ist jetzt kein Banger, aber er ist jetzt auch nicht schlecht. Ein Trikot war so stark, fand ich. Da kommst du auch schwer dran. Für mich ist es auch eher ein L, ehrlich gesagt. Chad sagt Big L und einmal W. Also zwei Leute. Zwei Leute. Tobi 97 ist aber, glaube ich, Union-Fan. Der Sport einfach Gladbach. All righty. Dann kommen noch, da kamen jetzt noch ein paar Ls rein. Aber insgesamt sind wir da gemixt unterwegs. Das kann nicht das Auswärtstrikot. Das ist nicht das Auswärtstrikot. Oder ist das das dritte Trikot? Ach, das dritte Trikot ist das hässliche von Darmstadt? Das orangene. Das ist ja so ugly, Alter. Die haben letztes Jahr locker nicht dieses Kraft als Sponsor gehabt. Die hatten doch irgendwie Joma oder sowas wahr. Letztes Jahr habe ich auch dieses orangene Trikot von Klaus Jasula bekommen. Zeigt man dieses andere, was da noch ... Sieht man unten noch die anderen Trikots von Darmstadt? Wenn du runterscrollst oder so? Da. Ach, das ist das dritte. Das finde ich ja so hässlich. Dieser Sponsore-Dinger, das hör mal, wer da hämmert. Hast du schon mal gesagt. Es ist so ugly. Ich weiß gar nicht, was Heiks nochmal war. Irgendeiner hat es dann reingeschrieben bei uns, als wir die erste bewertet hatten. Ist ein ... Ah, okay, die machen Schuhe oder so. Was machen die alles? Ah, nee, die machen hier ... Doch. Sieht aus wie nur Schuhe. So, oder Material. So Arbeitsmaterialzeug. Schuhe oder Arbeitsmaterialzeug. Ja, nicht so stylische Schuhe. Nicht so stylische Schuhe, so Arbeitsschuhe. Okay. Nur Arbeitsschuhe. Ja. Ist für mich ein L, sage ich dir, wie es ist. Ist auf jeden Fall ein L, leider. Das Trikot ist gar nicht so hässlich, so mäßig, so versucht. Ich finde, dieser Streich ... Sieht aus wie so ein Malerstrich. Ja, ja, so Farbe ausgegangen. Ja, aber der Sponsor nimmt alles auseinander. Mir gefällt es nicht so. Also, ehrlich gesagt, auch der ... Was ist Kraft? Was ist diese Marke? Das ist eine nächste gute Frage. Das habe ich auch noch nie gehört. Außer es zu gerade den Kassi vereint, weiß und blau, Kraft, das Kraft, Darmstadt, 98, Trikot. Ja, ähm, ja, er auf jeden Fall ein L. Safe, safe. Also, aber ... Also, ja. Ich weiß nicht. Gefällt mir nicht. Sponsor finde ich jetzt nicht mal so schlimm, aber es ist schon sehr auffällig, auch der Sponsor mit diesem komischen Schriftzug, ne? Ugly. Schon L. Auswärtstricko VfL Wolfsburg. Sieht aus wie ... Hingekackt und hingeschissen, Alter. Also, ganz ehrlich, wer auch immer da oben diesen Nickelodeon-Slime draufgeklatscht hat, hat eine Degradierung verdient. Nickelodeon-Slime, Alter, wirklich. Die waren so wirklich ... Die sind so einmal runtergerannt, so durch diesen Slime, Alter. Nicht toll einfach. Es ist nicht toll. Also, ich finde es auch eher ein L. Ich würde trotzdem ... Ja, doch, ist schon ein L. Ist schon ein L. Da hätte man auf jeden Fall mehr ... Ich weiß auch nicht, woher diese Neon-Farbe, dieses krasse Grün kommt und dann auch dieses Muster, was ... Also, man checkt gar nichts einfach so. Gefühlt hätten die es auch dann einfach wie Hertha so ... Da einfach noch so ein helleres, helleres, äh, äh, oder besser gesagt, ein dunkles Grün noch mal so reinpacken. Wie Hertha hat ja, glaube ich, äh, dunkelblau ... Es ist helles Wolfsburg-Grün, ne? Es ist halt deren Farbe. Stimmt, ja. Das ist halt das Ding, ne? Aber dann, äh, lass es doch lieber schwarz. Dieser Design, also, dieses Design, das checkt man auf jeden Fall gar nicht so. Fühl ich aber auch nicht so. Niklas, was sagst du als Modedesigner? Geht das? Kann man das fit und kann man das tragen? Niklas zeigt auch ein fettes L. Und du darfst nicht vergessen, für sowas verlangen die 75 Flocken immer noch, ne? Wo sind wir eigentlich gelandet, dass wir 75 Euro für ein Trikot bezahlen, Alter? 75 Euro. Und kannst du einen richtig geilen Tag beim Fußball haben. Kommt drauf an, von was für einem Team du Fan bist. Ja, aber du kriegst ja ein Ticket für 40 Euro, 50 Euro. Als Kölner bin ich schwer. Ja, gut. Das ist halt, da brauchst du auch keinen, da reicht auch 0 Euro für. Digga, ich shoot jetzt nur wegen letztes Jahr. Jetzt komm ich raus damit wieder. Jetzt komm der raus. Jetzt kommen wir raus damit. Nein. Alright, wir schauen auf das Mainz 05 Trikot. Ich fand das Heimtrikot hast du ja als einer der gottlosesten Trikots auch bezeichnet mit dem Karneval-Style, ne? Ich muss sagen, für mich ist es ein W. Ich finde, da hat man mit den Farben auf jeden Fall schon was Nices draus gemacht. Und so gefällt mir das auch. Beige Mainz-Logo, Jaco in derselben Farbe. Top, gut aus. Auch nicht so dieses Classic, auf Krampf jetzt rotes Logo darauf klatschen. Ich finde, sowas zeigt auch so ein bisschen so, ey, wir versuchen das trotzdem geil zu machen. Nicht so auf Krampf dieses eigene Logo, dieses Gold-Beige. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht top aus, wirklich. Kann man machen. Sieht wirklich gut aus. Kann man machen. Kann man machen. Safe. Viel, viel besser als das Heimtrikot. Wir gehen weiter. Wir sind ein bisschen fixer unterwegs. Er beleibt. Für mich ist es ein L. Same, same. Aber warum ist es für mich ein L? Weil, ich finde es gar nicht so schlimm an sich, aber es gibt mir richtig krasse Trainingst-T-Shirt-Vibes. Ja, genau. Sehe ich absolut genauso. Sehe ich irgendwie nicht so dann als, irgendwie, es gibt mir nicht diese Heimtrikot-Vibes. Am besten dieses Red Bull-Logo, finde ich auch. Das bin ich offen und ehrlich. Ja, nee. Und im Nacken, wir sind Leipzig. Nee, bin ich bei dir. Also ich habe ja auch L gesagt, es gibt mir Trainingst-T-Shirt-Vibes. Ein bisschen mal was anderes, aber es gefällt mir nicht so, ehrlich gesagt. Da gefällt mir das Heimtrikot von denen dieses Jahr besser. Das ist ganz okay. Weiter geht's. Ich schreibe gerade der Chat noch rein. Das dritte Trikot von Darmstadt ist nicht käuflich erwerbbar. What? Wahrscheinlich, weil die es nicht verkaufen könnten. Spaß. Es ist aber auch so zum Kotzen, also wirklich, es ist so verdammt. Das Schlimme ist halt auch wirklich, blau und orange sind, jetzt kommt der, ich war ja auf einer Farbtechnik- und Gestaltingsschule in der Oberschule. Und rot und orange, äh, orange und blau sind Komplementärfarben. Die greifen sich todes an, Digga. Das fickt die Augen weg. Du kriegst fast diesen 3D-Effekt von so Rot- und Grünbrille so gefühlt. So diese Farben darf man eigentlich wirklich nicht kombinieren, Alter. Oh mein Gott. Das Auswärtstrikot von Sabris Lieblingsheimtrikot in Auswärtstrikotform, in Black and White. Freiburg. Wirklich. Ah ja. Chat schreibt es perfekt. W, W, W. Spaß, Spaß, Spaß. Chat schreibt es perfekt, finde ich. Sieht aus wie zersplitterter Beton auf dem Boden, äh. Ein Big L an meiner Seite für dieses Trikot. Ja, leider. Also wer auch immer diesen Job bekommen hat, das Trikot dieses Jahr von Frankfurt zu machen. Frankfurt, ne. Freiburg. Ja, jetzt fangen wir nämlich an damit. Du hast gefeuert, wirklich. Jetzt fangen wir nämlich an damit. Ich ficke dich jetzt. Nächstes Mal lachst du wieder über meine Witze, du Hund. Ja, lieber nicht. Ja. Nein, aber es ist wirklich, vor allem, das Design, ne, hat uns ja schon so erschrocken gefühlt bei dem Heimtrikot, dass die so waren. So, nein. Die finden es gut. Mach mal Copy und Paste, lass genau so machen. Nur andere Farben im Auswärtstrikot. Bodenlos. Gibt es denn noch ein drittes Trikot, was genau so aussieht? Haben die es so komplett gekopiert? Stimmt, die haben es ja mies kopiert, Alter. Ja, natürlich. Die haben eins zu eins selber. Ne, okay. Wen ist es das dritte? Das dritte ist noch okay. Wen ist eins, wo die gesagt haben, Bruder, wir machen gar nichts, Digga. Guck mal, beim Heimtrikot haben die immerhin noch den Sponsor ausgeschnitten, sag ich mal, und so reingesetzt. Bei dem ist der Sponsor einfach größer beim Auswärtstrikot. Stuttgart. 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 Fair be Stuttgart. Dieses Trikot, sag ich dir, wie es ist, Jaco, W, wirklich. W von Jaco. Was sie dieses Jahr machen, sieht sexy aus, sieht gut aus. Auch abwechslungsreich zum Heimtrikot. Beim Heimtrikot war das Logo in der Mitte. Von dem Logo in der Mitte gingen diese Dinge aus. Ich weiß nicht, was diese Wellen dort zu bedeuten haben, aber es ergibt einen was. Es sieht aus wie ein bisschen das Meer oder so. Oder ein Bierge, Mirge, irgendwas. Ja, sieht cool aus. I like it. Wirklich einfach klassischer W. Gutes Trikot, sieht gut aus. Ich glaube, Stuttgart-Fans waren dieses Jahr mit den Trikots sehr happy, oder? Ja, außer mit dem Sponsor, ne? Ja, Sponsor ist so ein Thema. Aber es ist auch nicht leicht, mehr einen guten Sponsor fürs Trikot zu finden. Besser als ein Dicke. Ich finde, es sieht noch irgendwie doch, man kann es nicht so ganz sagen. Ich finde es klasse. Also, dann kommen wir zum letzten Trikot. Das FC Augsburg-Trikot von Yoma. Ne, Mizuno. Oh. Oh. I like that, man. Did you know that I like green? Was? W-R-L? Why? Es gefällt mir nicht. Okay. Also, wenn ich jetzt ausprobieren würde, würde ich mir das nicht holen, auf jeden Fall. Es gefällt mir irgendwie nicht. Ich finde dieser harte Cut von den Streifen irgendwie richtig scheiße, so irgendwie. Es gefällt mir gar nicht. Ich finde, die Marke finde ich geil. Aber, okay, was ein Rare W ist, ist auf jeden Fall das Logo. Das ist auch nämlich anders farblich, wie ich sehe gerade. Für mich, mir gefällt es nicht. Oh, aber der Chat fühlt es komplett. Ich finde es auch voll geil. Ich mag diese Gold-Grün-Farbe sehr. Ja, ich mag auch irgendwie so, also ich finde es mit den Balken gar nicht schlimm. Mir gefällt es voll gut. Da ist nicht so, hier oben so ein Bogen mit drin. Das ist durchgängig. Von mir W auf jeden Fall in den Chat. Finde ich gut. Nice. Das mit dem, was hat er gesagt, aber Augsburg kopiert einfach alles von Gladbach. Letztes Jahr, das hatten wir auch dann schon geklärt, ne? Dass die einfach wirklich dieses letztes Jahr Gladbach-Trikot wirklich eins zu eins kopiert haben. Oh. Mittelstreifen und Dings. Okay, ja, das haben die gut. Gut, das Auswärts-Trikot haben die, ja, aber die haben schon gut gekoppt dort, gefühlt. Einfach nur von den Farben. Jetzt gehen wir auf Augsburg, machen wir Augsburg in einem anderen Tab auf, dass wir so gut switchen können. Ja, vor allem dieser Mittelbalken, den hat Augsburg auch, ne? Kopi ist schon da, vor allem, wenn du die Heimtrikots, genau, vor allem, wenn du mal die Heimtrikots abcheckst. Nur mal eben auch, ich wollte nur noch mal kurz sagen, kannst du noch mal Sabri Vollscreen machen. An dieser Stelle sieht auch mies scheiße aus, wie einfach mitten im Trikot, einfach diese Balken unterbrochen werden, Digga. So, so nämlich, ich sag euch ehrlich, hätten die das auch hier, nein, ich kann mich nicht mehr retten, ich kann mich nicht mehr retten. Es ist mir gar nicht so krass aufgefallen, aber es gefällt mir trotzdem hier besser, wahrscheinlich wegen dem Logo.